hallo leute ich bin sie schon erst willkommen zu meinem neuen video und heute ist wieder mal fifa am start und heute mal eine neue folge die erste folge sozusagen von meiner neuen serie wo ihr mir challenges in die kommentare schreiben könnt und zwar habt ihr beim letzten fifa video sehr viele challenges reingeschrieben oder kommentiert und das hat mich sehr gefreut also ich habe jetzt genug challenges für die nächsten fünf videos und das hat mich halt sehr gefreut wo ich das gesehen habe und ich würde ich euch ich würde euch auch halt bieten wenn ihr mehrere ideen hat für gute challenges einfach in die kommentare schreiben egal wie viele kommentiert ihr könnt fünf challenges in die kommentare schreiben ist mir egal ob ich habe ideen für neue videos und ja leute die erste challenge die ich mir ausgewählt habe ist von lotrex und zwar schreibt er nehme deine stürmer und pack sie in die abwehr und eine abwehrspieler in den sturm und ja leute hier kommen wir zu meinem team und ich mache das alles läuft damit ich ja damit die mir auch halt glaubt und zwar habe ich beim letzten winter habe ich noch ein deutsches team gehabt das habe ich jetzt umgeändert ich fand die ist irgendwie besser und zwar machen wir das so neymar kommt nach hinten für marcelo dann tiago kommt statt modric luis luis hört sich mich ja klar david luis stadt griezmann daniel west stadt b und rodriguez und iniesta muss ich so lassen oder ich mache so opa landen wollte ich nicht sondern so genau so werde ich das jetzt lassen damit ich halt bei mittelfeld habe die wenigstens gut spielen also rodriguez naja ich bin modisch viel besser und da seht ihr leute von chemie 100 ist es auf die 51 gefallen also richtig traurig und ja leute ich mache mal wieder einen cut rein und wir sehen uns wenn wir einen gegner gefunden haben bis gleich und ja leute da haben wir unseren gegner gefunden und er hat irgendwie nicht so ein gutes team hat die p hier links mittelfeld ich hoffe dass das ist und rechts mittelfeld keine ahnung ist das quaresma ich weiß es nicht leute also hat paar ja skiller im team er hat bewertung 79 und chemie 95 also nicht so gut da ist unser team sogar noch besser und ja leute fangen wir schon mal an ich hoffe mal dass dieses spiel interessant und spannend wird also da sieht man schon als ein kleines killer aber ja das reizt mich nicht und sehr schöner passt zu david luis aber er verliert ihn gleich wieder jetzt haben wir hier daniel west auf der seite daniel bis daniel bis oh mein gott was für eine aktion sehr schön hier mit dem linken fuß richtung ecke ecke was sag ich richtung kreuzig aber da war zu niedrig und den hatte der tormann jetzt hier eckball von luka modric kommt ihr wer zum kopfball nein kommt nicht komm schon die mission zu holen komm schon nein oh lololol guckern olle mein ich in österreich weiß nicht was die deutschen so sagt aber wir sind immer guckern 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 oh mein gott richtiger richtiges pusito einfach richtiges pusito als leute oh mein gott da macht er einfach den stangler rein und macht das tor einstum für die gegner leute ich ja ich kann nichts machen einfach das ist richtig schwer so zu spielen mit dem verteidiger im sturm also richtig krass leute also wenn er eine herausforderung sucht dann spielt so das ist richtig der wahnsinn leute also und dazu muss ich noch sagen dass der gegner ein skiller ist also der ist nur am skillen packte seine skills raus und joo da ist es auch das macht es halt noch bisschen schwerer wir sind hier mit david luis david luis oh mein gott ja gibt es doch feil freistoß oh mein gott david luis reist auch gar nichts vorne das ist der wahnsinn leute der packt einfach gar nichts das ist richtig schwer so zu spielen also ich glaube nicht dass es irgendeinen verteidiger gibt der so gut ist im sturm und da beginnt er zum skillen oioioioi o mein gott da hatten wir jetzt wieder mal richtig fett glück hat er wieder den pussy pass gemacht aber ja wenn er es nicht anders kann sehr schön von david luis david luis komm schon jetzt meine fresse da muss ich mich aufregen einfach ja klar und jetzt lupferl ok haben wir noch geschafft irgendwie den ball zu blockieren ja passt doch schneller jawohl jetzt haben wir hier diago silva komm schon du musst irgendwas schaffen diago silva oh mein gott ja freistoß ja man endlich geht doch jetzt haben wir hier bail das wird das tor das wird das tor ich glaube an dich bail komm schon oh mein gott der vernascht mich hier einfach jetzt macht er wieder einen stellpass rein was habe ich gesagt er wollte es machen Leute er wollte es machen jetzt sind wir haben wir den ball mit iniesta iniesta laufpass an david luis wunderschön komm schon lupferl da ist das 1 zu 2 Leute jawohl david luis ein tor 43 Minuten es ist noch nicht alles vorbei ein tor müssen wir noch erzielen damit wir das 2 zu 2 haben das unentschieden sehr schön hier laufpass es war kein abseits ja so kann man so lässt es sich spielen Leute da vernascht er da vernascht er uns wieder sehr gut ruf hier und wo da wie man die Schau spricht ja 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 komm schon Daniel halb ist verdammt 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 also erste halbzeit naja nicht so ganz gut aber wir haben ein tor gemacht es steht 2 1 ich hoffe mal dass wir in der zweiten halbzeit besser zum zu torschanzen kommen und dass wir uns den den ersten sieg der neuen serie nach hause holen ja das sind wir bei der zweiten halbzeit Leute ich hoffe mal dass es jetzt viel besser wird und gleich mal hier mit david luis ist den ball verloren also so kann es weitergehen jawoll nicht jetzt ja Marcelo abseits abseits ich hab's gesehen abseits aber es geht noch weiter weil ich den ball nicht erwischt habe aber es war hundertprozentig oh mein gott was für ein heilige scheiße Bale kassiert eine gelbe karte da hätte er glaube ich den Spieler alle Beine gebrochen also das war gelb eindeutig verdient oh Fehler vom Gegner da ist das 2 zu 2 zu 2 meine ich nicht 2 zu 1 Leute Daniel da haben wir den Fehler vom Gegner ausgenutzt und gleich mal das 2 zu 2 gemacht sehr schöne Flanke wieder zu Marcelo 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 noch immer hier jawoll jawoll Marcelo Marcelo jetzt machen wir auch den Pussy nein wollte ich auch mal den Pussy Pass machen nein ja ja nein ja Modric oh mein gott fast hätten wir das 3 zu 2 Leute sehr schöne von Modric und dann durch die Beine noch aber den Ball hat der Gegner Modric Eckball jetzt muss er beinahe kommen oh mein gott wer uns hier paniert hat Leute wie eine Schnitzel da gibt es Foul eindeutig aber was anderes habe ich nicht machen können komm schon Laufpass zu David Louis David Louis komm schon oi 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 sehr schöner Pass weitergeführt auf Zifty oder wie der heißt sehr schön da wollte er zurückpassen wieder Pussy Pass machen aber nicht mit mir Laufpass jetzt hier zu David Louis David Louis ist noch immer da Haken rein Haken rein Schuss eigentlich wollte ich passen aber irgendwie habe ich zwei Tasten auf einmal gedrückt und diese Aktion können wir schon oh mein gott da vernascht du uns Leute jetzt komm schon so schnell kann er doch nicht sein wir haben hier Angriffsspieler drin Pussy Pass wieder Pussy Pass und trotzdem macht er kein Tor Leute er regt mich so auf immer macht er diese Querpässe rein kann einfach nicht selber zum Schuss kommen jawohl jetzt haben wir Marcelo Marcelo rein Marcelo jetzt hier ja das ist der Tor nein scheiße scheiße schon wieder muss ich mich so aufregen schon wieder Flanke rein komm schon Kopfball oh mein gott Dani Alves das war doch die hundertprozentige Schanze mehr Glück können wir eigentlich nicht haben Thiago Silva Thiago Silva Thiago Silva da ist das Tor oh mein gott was für ein schönes Tor Laufpass in den 16er Raum in die Mitte und dann kommt einfach Marcelo und ballert den Tor rein oh mein gott Leute ich freue mich so sehr schaut euch diesen fantastischen Pass an ach du scheiße also sowas kann man nicht mehr glaube ich Pussy Pass nennen weil der einfach Bombe war oh 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 da dachte ich mir der spaziert da durch nicht mit mir so leicht oh mein gott jetzt müssen wir noch mehr aufpassen Leute jawohl weg mit dem Ball da bekommt er ihn aber wieder nein 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 da taucht man voll lässig mit einer Hand weg 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 ja sehr gut und jetzt noch eine Grätsche weg mit dem Ball jawohl sehr stark 88. Minute Leute jetzt sollen wir ein bisschen Ball schinden Ball bei uns halten 89. Minute jetzt schießen wir ihn aus David Luis will einfach nicht den Kopfball machen obwohl er Verteidiger ist das gehört dazu Leute nein jawohl passt zurück passt darüber ja Kopfball Eckball drei Minuten nach Eckball out meine ich drei Minuten nach Spielzeit Leute jetzt müssen wir aufpassen jetzt müssen wir aufpassen jawohl da macht er einen Fehler jetzt lauf passt zu David Luis David Luis muss das ausnutzen David Luis komm schon what the fuck was war denn das jetzt egal Leute das war unsere Schanze ich hoffe mal die drei Minuten sind vorbei jetzt komm schon wir dürfen uns nicht das Tor nein nein da kommt er ja was war jetzt ja oh mein Gott fuck Leute ich hab gerade einen Herzinfarkt bekommen fast es ist der Schlusspfiff und ich hab mir jetzt wirklich gedacht dass das ein Tor ist und mein Tormann wollte einfach nicht reagieren aber da war der Schlusspfiff und Leute wir haben gewonnen drei zu zwei ist das zu glauben ich hätte es nie im Leben gedacht nach der ersten Halbzeit dass wir das noch reißen können nach dem 2 zu 1 und der Gegner war einfach so gut aber trotzdem da seht ihr ich bin einfach der Boss ich kann einfach alles spielen mein Spaß Leute aber ein bisschen Glück gehört noch dazu das dritte Tor das war einfach bombastisch Leute und ja Leute das war's mit meinem Video ich hoffe ich hat's gefallen ich will mich mit meiner Wertung freuen und falls ihr mich noch nicht abonniert habt wisst ihr mir schon was zu tun ist also Leute tschüss und bevor wir noch zum Ende kommen wenn ihr noch mehr Ideen habt für ähm ja für paar Challenges schreibt einfach in die Kommentare ich werde sie sicher dran nehmen wenn sie halt einen Sinn ergeben und ja interessant sind und äh noch zum Schluss am Freitag wird leider kein ähm kein YouTuber Quiz Video kommen da wir kurz richtig entschieden haben dass wir nach Bosnien fahren also meine Eltern und dann hat sich halt keine Zeit vor zu also vor zu produzieren und ja Leute das soll ich dafür aber da kann ich halt leider nichts machen und in Bosnien kann ich das auch vor produzieren da wir dort also nicht sehr gutes Internet haben und da brauche ich halt sehr lange bis ich es aufnehme und sich halt wenn wir auch über Skype reden oder TS wird mich da kein Mensch verstehen und ja Leute ähm das war halt diese Info und wir sehen uns am Montag wieder bei einem Minecraft Video also tschüss Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal